Willkommen bei den deutschen Atomkonzernen. In der ersten Etage befindet sich unsere Abteilung für Aufklärung. Hier arbeiten unsere schnellen Ideenbrüter an Bildungskampagnen für die Bevölkerung. Unsere Mitarbeiter sammeln alle Fakten über den Atomausstieg und informieren danach die Presse. Natürlich ohne Panik zu verbreiten. Ohne Atomkraft droht der absolute Stromkollaps. Ohne Atomkraft wird unsere Wirtschaft sterben. Gleich darüber ist das Herzstück unseres Konzerns, die Abteilung für Reaktorsicherheit. Hier ist ein Experte, rund um die Uhr damit beschäftigt, ganz, ganz fest an die Sicherheit unserer Atomkraftwerke zu glauben. Wegen des Atomausstiegs waren wir leider gezwungen, unsere Rechtsabteilung ein kleines bisschen auszubauen. Schließlich gehen uns durch das Abschalten der AKW ein paar Euro verloren. Aber wenn die Milliardenklagen gegen die Bundesregierung gewonnen sind, können wir hier natürlich wieder ein bisschen Personal einsparen. Direkt darüber liegt auch schon unsere Abteilung für gerechte Kostenverteilung. Hier sorgt eine moderne Sortiermaschine dafür, dass unsere Kosten gedeckt werden. Gleichmäßig und fair. Subventionen für den Aufbau und den Abriss der AKW samt Entsorgung. Rechnungen gehen natürlich an den Steuerzahler. Transport, Sicherung und Entlagerung der Kastoren auch an den Steuerzahler. Schadensversicherung im Falle einer Atomkatastrophe. Die Steuerzahler. Nur die Stromrechnungen, die gehen natürlich an auch den Steuerzahler. Zu guter Letzt, direkt über unserer kleinen Rücklagenabteilung, befindet sich dann unsere bescheidene Chefetage. Falls uns Deutschland als Standort mal nicht mehr so ganz zusagen sollte, können auch wir natürlich ganz schnell und unkompliziert aus der Atomkraft aussteigen. Naja, dann noch viel Spaß mit euren Windrädern und Solarzellen. Tschüss, bis bald. Tschüss.